Hast du dann genug Freihab zu arbeiten? Oh ja, habe ich! Sie geben dir zwar einen Rahmen vor, aber in diesem Rahmen kannst du eigentlich schon recht viel wirken, wie du selbst möchtest. Für die Bündnerstube wollten sie ein Logo aussen beleuchten. Das haben wir alles selber gemacht. Das war eine sehr interessante Arbeit. Oder einen kleinen Verkaufsladen haben wir gemacht. Es ist sehr abwechslungsreich. Du weisst keinen Tag, was auf dich zukommt. Das Ganze macht spannend. So ist es gut! Das macht mir sehr, lustig sein. Ich sage die na versa, eine kleine Verkaufschlagerung! Entschuldigung!